ich glaube ich gern an sich da an Zeit reingepackt habe ich hätte möglich letzte Woche auch Streamer gab gesagt ich habe die gute Dinge machen alle Streamer gerne meistens dumme Dinge manchmal coole Dinge oftmals verrückte Dinge aber Dinge achso du sitzt toll man kommt hier nicht ran weil du da sitzt ich glaube über oder unter mir gibt es ein rostiges Schwert es sollte immer wieder geschliffen werden in dieses Schwert ich bin der Schrank hat es nicht wenigstens geblendet diesmal? Nein! Ok! Guten Abend! Hast du wie ein großer Taschenlampe gefackelt oder was? ich habe ein paar Böller fallen lassen ich habe die Knaller gezündet das ist jetzt ein bisschen gemein das ist doch mal was aber du hast mich nicht sofort gesehen das ist doch mal was ich bin auch richtig am harten ich gucke mich nicht nur damit ahja das mit dem gemeint sein kannst du also auch dann schaut es dir einfach mal bei Zehen an Hallo. Ii, die Spitze hängt mir fast ins Auge. Entschuld. Würdest du mal woanders hingehen, bitte? Ich will hier den Kreis haben. Nein, willst du nicht? Doch. So. Ach, das ist schon wieder so ein Kuglux-Klan-Fuzzi. Mhm. Du mit der falschen Farbe. Du. Ach du, geht der dir. Ich wollte ihn noch unterhalten. Ja, dann wäre der Haken frei gewesen. So schön ist, ich kann dich nicht aufheben. Ja, dann ist doch mal optimal, wa? Bleib unter mir, dann kann er sich nicht aufheben. Danke. Oh, du hast ihn runtergeholt? Ja, irgendjemand war so frei. Ich will dich. Warte, wann willst du? Der Haken war doch belegt. Also, benutzte Haken zu nehmen ist echt un... Also, nee, also... Ja. Ich finde, also ein bisschen Hygiene könnte in dieser Zeit schon mal sein, ja? Richtig. Guck dir mal die Wände an. Du brauchst dir eine Maske tragen, du hast ja da so einen Blecheimer über dem Kopf, aber... Sie zieht fast als Maske immerhin. Ich bin hier noch total alleine. Sehen wir die Schilte hinten? Ja, ich kann mich nicht groß bewegen, weil der ist immer sehr nah bei mir, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, kommt mir bekannt vor. Wie gesagt, ich bin unterwegs. Aber ich bin total in mich gechillt, also... Nicht, weil die Raben würden mich sehen, wenn sie auch nur sitzen. Der Schrank ist safe. Meine Zuschauer fragen diese actionreiche Situation hier. Ja. Jetzt am letztes Urteil! Jetzt muss ich weg, ich habe jetzt zwei Raben, die mich begleiten. Loop, dich bei der Arm ist abgefallen. Alter. Das ist eine schnelle Aktion. Oh. Wirklich, man hat nicht allzu viel gesehen. Nee, leider nicht. Oh, wie viel checkst du noch? Solange bist du es checkst. Aha. Kann länger dauern. Ach, verdammt. Jetzt sind wir alle verdrahtet. Mhm. Findest du uns dadurch leichter, oder wie? Ach, nein, scheiße. Ich wollte eigentlich erst dran vorbei. Kim. Was? Findest du uns dadurch leichter, oder wie? Nein, ich kann dich hier jetzt ja aufhängen und so. Also du siehst uns nicht extra, sondern... Nein, nein. Okay. Gut, weil das war... Es hieß es zwischenzeitlich, dass es dann einfacher zu sehen sei. Da ich den Kidder selber noch nie gespielt habe. Was bedeutet das, wenn er die Motoren, die Generatoren gelb macht? Kannst ja mal hingehen! Nee, diese gelbe Farbe reizt mich irgendwie so nicht. Oh, rot wäre geil, aber gelb. Ja. Ich fahr drüber. Nein. Ich fahr drüber. Beides. Du warst da genau dran. Ja, das ist... Ich hab's gerade immer wieder nett, wo ich zurückgekriege. Ja, da. Achso, ich würde sagen, okay, war drüber. Ich hab Videobeweis. Ey. Zeig mir erst mal dein Video, King. Aber King, ich werde nicht so sein. Ich bin hier draußen. Ich bin draußen. War mir klar. Komm, im Kreis. Ähm, im Kreis. Ich glaube, die Animation ist viel zu kurz. Tafelus. so ganz ehrlich sie haben zwar die mädchen ist nie mehr so an den killern und an den haben sie auch gut rumgefuscht aber an an mori das ist das ist ein gegenwerten ja das problem ist auch nicht wie ich bin der wurscht wie oft hier um mich drum herum gerannt bis um mich wusste das glaubst du gar nicht so jetzt bist du erst mal das problem ist dass der killer halt zu schnell töten kann die anderen auch nicht dreimal aufhängen ja auch dieses mord ist nicht mit dem ja ja das ich habe hier so neumodernes piercing könnte mir das mal jemand rausziehen also du kannst nach dem zweiten mal aufhängen direkt oder nach dem ersten mal nach dem man schon beim segeln drinnen war oder wie wenn ich dich nein ich brauche dich hier bei dem ich muss dich einwickeln genau und dann und dann kann ich dich in bußkäfig tun erst mal wenn ich dich aber schon mal auf gegangen habe kriege ich dich beim zweiten mal bevor du auf gutdeutsch gesagt stirbst per insta kill genau was aber bedeutet der 79 wird beim nächsten mal sterben wenn ich ihn erwische ja also wenn das ist unwahrscheinlich richtig nicht viel laut reden damit er mich nicht so war was hinter mir vor mir von mir war ich kann ich kann durch alles schlagen ich weiß das war jetzt echt wir also sie muss jetzt noch einmal aufgang werden oder muss käfig ich habe mich jetzt hier oben drüber guck nicht hoch guck nicht hoch ne doch nicht oh dann ist er noch nicht gehe das war tatsächlich mein erster besuch bei dir bisher hat mich immer vorstock gegen lassen unterholen buch grad was weil eigentlich müsste die ja jetzt auch langsam mal kommen die luche ach so weil schon so viele generatoren gemacht wurden es müsste jetzt so langsam jetzt aber eine lukenoptik wenn sie nichts gemacht haben die sieht sicherlich auch gleich aus ansonsten wäre es ja auch ein bisschen schwierig dann blutig halt so vor mich hin ich bin der mutter weist dass sie da oben gleich totes wie gesagt alles gut lautes hilfe und ich werde so was von zur hilfe geheilt ich habe dich da oben gar nicht gesehen wir wollen hier sehen ob die luke genauso aussieht oder so ich kann sie schon hören ja renn zurück renn zurück naja ich suche ja schon oder sie ist auf der anderen seite also vielleicht hinter der wand ja dann bin ich da jetzt aber einmal drum herum gelaufen oder dann bleib mal da liegen ich habe ich war geradeaus und dann allerdings und dann noch mal in die dings rein die schule und dann noch mal dings genau ins gebäude rein ne ja so hätte ich es vom geräusch auch erst gedacht aber dann hieß es hier nochmal raus und dann bin ich wieder raus sorry ich höre ja aufs wort meistens aufs letzte aber immerhin nicht dann wird doch nicht auf meins ich war so aufgeregt ich weiß gar nicht mehr wer was gesagt oh wo ist er denn sie bitte ja hallo ich hab Zöpfe also wir können nicht jetzt im Bußkäfig hätte ich dich jetzt nehmen können brauchst nicht wickeln ich war schon im Bußkäfig das ist ja ganz weit weg oh das dafür war es aber gut zu hören ja 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 wooo das走了 ja 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 ja